Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Hammer Fight! Das letzte Mal sind wir stehen geblieben. Oh Gott, bei diesem Level. Ja, ihr seht wahrscheinlich im Titel, dass hier Let's Show steht. Das ist durchaus richtig, ich werde das so lange spielen, bis mir die Lust drauf geht. Nix falsch verstehen, das ist wirklich kein schlechtes Spiel, aber... Aber ich kannte daran. Hab ich schon verloren? Weg! Verblocken! Wütsch! Aha! Broken Machine! Aha! Ich hab auch gemerkt, wie ich die Aufnahme nochmal angeschaut habe, dass wir hier eine Art Lebensanzeige haben. Das wäre ich allerdings nicht klar. Das ist nämlich dieses unten links hier die... Das heißt, jetzt bin ich praktisch schon tot. Und ich hab keine Ahnung, wie ich das... Ich bin tot. Ja, das hat gut funktioniert. Ich werde auch mal Alt drücken, weil da gehen wir vorliegen wasser. Aber hier diese Zeile links, diese... Eigentlich hab ich gedacht, das ist die Geschwindigkeit, wie schnell ich fliege grad, aber das scheint... Das zu sein. Das heißt... Poles und Gangster. Drop an Item. Drop a weapon. Select an Item in the hole. Was zur Hölle? Hä? Ähm... Ist interessant. Ähm... Wir können also... Was? Nein, oh mein Gott, ich hab eine... Ich hab keine Waffe mehr. Ich hab keine Waffe mehr. Ich hab keine Waffe mehr. Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Ich will mich selber umbringen. Try again, okay. Ich hab keine Waffe weg. Das ist gut zu wissen. Ah. 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 Genau, tötet ich selber. Wenn ich nix tun muss. Ich komm mit diesem... China nicht klar! Ich will das Level jetzt schaffen hier, weil ich voll der Gangster bin. Kann sein, dass es so schwer ist. Ich bin doch immer am Anfang. Komm her! Zack! Oh, noch einer! Noch einer! Oh, komm! Oh, oh! Oh, oh! Ich glaub ich lass die einfach hier in den Stein. Nein! Das tut mir ziemlich gut! Ja, aha! Waffe dich, du bietsch! Nein! 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 Fuck off! The refugees' caravan was moving away from the smoke of conflict. The drivers showed no mercy to the worms, hoping to outrun those chasing them. Yet, as the sun was getting lower, people kept glancing with increased anxiety at the gunners, who were standing ready to fire. Jetzt wird's neu! The Gaias caravan! Okay. Hallo! Ein Fliegen? Ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel, muss ich sagen. Aber es ist halt nicht so das, in was ich gut bin. Es gibt heftigeres, schlimmeres, besseres was. Der liked mein Lord! Der geht den Kolossa! Voll! Was? Irgendwas? Irgendwas? Irgendwas muss ich kämpfen. Das ist Karavan? Hä? Oh! Hallo! Ich komm! Auf und zurück! Hoho! Achso, ne ist das. Schon wir diese Kettensägen! Alter! Ja! Ich fasse mich voll an, die Kettensägen. Wie kann ich denn jetzt fern? Oh, ist noch eine Fertesse? Was haben wir gelevelt? Nein! Na genau, ich zieh dich mit! Komm jetzt! Ah, ich hab schon wieder keine Waffe! Ah, ich hab schon wieder meine Waffen weggeworfen! Mann! Ja! Oh ne Waffe! Ah! Ihr stürzt ab! Ich hab' mich schlecht in dem Spiel! Na genau! Schießt! Ich muss ja nichts machen, was ist mein Ziel hier? Ich habe nicht mal eine Mende Waffe Vielleicht sollte ich mal einen Key trinken? Ah Pressen einen Key? Gib mir die Waffe Äh Okay Leute, das ist wirklich verwirrend Ich habe keine Ahnung, wie lange ich das noch... Wie lange da doch die Lust dafür bleibt Jetzt weiß ich mal was ich tun muss hier drin Muss ich die ganze Schiffe töten? Muss ich die beschützen? Muss ich die Welt erobern? Muss ich regeln? Muss ich alles töten, was mir in den Weg kommt? Ich weiß es nicht Ich weiß es nie Fight, okay So, ha 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 Ich raume euch, ha ha Ist das richtig? Ja, weiter so Das ist einfach alles in der Luft Ja Ja Na, ich höre mich selber Denk fahren Boah Oh ja Zack Mach ich voll fertig jetzt Weil ich mich vorher eben noch beschützt Stier Ich schieße dir aber nicht Ich sterbe jetzt Stier Das ist doch gleich Mist Wer Er schießt doch auf mich das Ding What the fuck Der stirbt auf mich drauf Ich glaube ich werde noch ein bisschen zurückgehen Ich bleib mal hier Oh god Lach dir nicht so aus! Das ist unfair! Ich scherz nicht mehr. Das Spiel ist interessant. Schaut es euch an. Meins ist es nicht. Das war's für mich. Für heute. Für Hammer Fight. Das war's ganz. Wir sehen uns bei den anderen Projekten wieder. Pokémon Platin. Und eventuell einem neuen Projekt von mir selber. So wie Megaman 2. Bye und tschüss und...